Mit dem Cross-Seal Table können Sie Ihren Patientinnen ein weiteres Stück Eigenständigkeit zurückgeben. Die Stabilität des Tisches ermöglicht beispielsweise das Abstellen eines Glases oder Tellers und unterstützt sie beim Training der selbstständigen Ladensaufnahme. Für die Montage gilt grundsätzlich die Gurte des Cross-Seats selbst in gelb und werden daher immer in diesen gelben Laschen montiert. Der Cross-Seat Table hat weiße Laschen. Er wird mit zwei kurzen weißen Gurten zur Befestigung an den Armlehnen sowie einem langen weißen Gurt zur Montage vorne am Bettgestell geliefert. Um ihn zu befestigen, montieren Sie zuerst die kurzen Gurte an den Armlehnen des Cross-Seat Tables, bevor Sie diesen am Cross-Seat positionieren. Halten Sie dabei den Gurt so, dass die Klemme mit der Schnalle weiterhin für Sie zugänglich ist. Jetzt stecken Sie den Haken in die Plastikhöse und hängen diese durch Zurückziehen ein. Sobald Sie ein Klickgeräusch hören, ist der Haken fixiert. Sobald der Gurte so eingehängt ist, kann er sich auch ohne Zug nicht mehr lösen. Dieser Vorgang muss auf beiden Seiten des Tischtes gleichermaßen durchgeführt werden. Der Tisch ist in seiner Dimension optimal auf den Cross-Seat abgestimmt. Fixieren Sie nun den Cross-Seat Table mit den beiden kurzen weißen Gurten an den beiden weißen Taschen des Cross-Seats. Die Distanz zwischen Sessel und Tisch können Sie jederzeit mit Hilfe der Gurte Patienten individuell wählen. Fixieren Sie den Cross-Seat Table zusätzlich auf der Unterseite mit dem längeren weißen Gurt am Bettgestell. Der Montagevorgang des langen Gurtes ist der gleiche wie bei der Befestigung des Cross-Seats am Bett. Sobald alle drei Gurte montiert wurden, ist der Cross-Seat Table einsatzbereit. Der Cross-Seat Table wird unaufgepumpt mit einer Pumpe und drei weißen Gurten geliefert. Wenn Sie den Tisch einmal aufgepumpt haben, können Sie ihn bequem neben dem Bett verstauen. Er hält das Luftvolumen über mehrere Wochen. Sollte Luft entweichen, können Sie einfach jederzeit ein paar Pumpstöße nachgeben. Wie Sie sehen, ist der Cross-Seat Table leicht und flach. Sie können ihn daher einfach zwischen mehreren Betten hin- und hertragen und rasch einsetzfähig machen.